Meditation Ich möchte dich bitten, die Augen zu schliessen und dich zu entspannen. Du musst dich nicht bewusst entspannen. Es ist die unendliche Weisheit in dir, die das Wort entspannen gehört und dafür sorgt, dass dein Körper immer lockerer wird. Du lässt es einfach geschehen. Du musst dich nicht auf diese Worte konzentrieren. Es ist alles gut, wie es ist. Und dein Atem geht immer tiefer und du wirst immer ruhiger. Das Licht Gottes umgeht dich. Die Liebe Gottes umhüllt dich. Macht Gottes beschützt dich. Die Gegenwart Gottes wacht über dir. Wo immer du bist, ist Gott und alles ist gut. Vater, wir danken dir. Dann lässt du dich fallen und singst tief in die Kühe. Wir danken der geistigen Welt, dass sie uns da zusammengeführt hat und wir sie fragen und bieten dort. Dann siehst du von deinem inneren Auge einen Weg, der durch eine höchelige Landschaft führt und du gehst langsam, in Gedanken versunken, den Weg, bis du in den Wald kommst. Gehst du in den Wald hinein und kommst allmählich zu einer Waldleichtung, wo eine alte, verlassene Hütte steht. Du schaust die Hütte zuerst von ausser noch ein bisschen an, laufst um sie herum, dann gehst du zu der Tür, langsam drückst du die Türfelle und gehst vorsichtig in die düstere Hütte hinein. Du spürst den Erdboden in der Hütte und allmählich nimmst du Platz auf einer alten Holzbank und du hast das Gefühl, dass du dein ganzes Gewicht wie mit einem tiefen Süffzer auf dieser Bank abstellst und weisst, dass du in nächster Zeit nicht gestört wirst. Du rufst dich auf dieser Bank ein bisschen aus, dann wirst du immer lockerer und entspannter. Dein Atem geht tief und ruhig und entspannst dich immer mehr. Du begrüßst alle deine Engel, geistige Helfer, Führer, Meister und Mitarbeiter vom Licht. Du bittest sie, dass sie dich begleitet. Alle Gefühle jeglicher Art, die ihr jetzt könnt, däure da sein. Sei es Angst, Hass, Neid, Eversucht, Helles, Dunkels, Schmerz und was hinter dem Schmerz ist. Sorge jeglicher Art, alles darf jetzt da sein. Alle Gefühle und Gedanken däure da sein. Alle Sorgen, Ungewissheit, alles, Auch die Tränen däure da sein. Alles däure da sein. Mit der Zeit hättest du das Gefühl, dass auch Mitmenschen in diese Hütte können, mit denen du nicht immer im Reinen g'si bisch oder sie mit dir. Bitt sie alle, zu dir in die Hütte nie zu kommen. Sie alle sollen die ja kommen. Vielleicht sind auch Verstorbene unter ihnen, die jetzt mit dir wenn ich ins Reine komme. Du empfangst sie alle voller Dankbarkeit. Begrüße sie und sage ihnen, wie froh du bist, dass sie da hergekommen sind. Sag ihnen, dass jetzt ein ganz besonderer Moment ist. Denn jetzt ist der Moment gekommen, wo das gegenseitig Bekämpfen vorbei ist. Jetzt ist die Zeit da, zum miteinander Frieden zu schliessen. Du und die anderen, alle haben sich auf den Augenblick gefreut. Du und alle haben schon lange auf den Moment gewartet, miteinander Frieden zu machen. Vielleicht kannst du nochmal den Schmerz spüren, was dir andere ja mal angetunen haben. Dann fragst du dich, könnte es sein, dass auch du nochmal anderen Schmerzen zugefügt hast? Wenn nicht in dem, dann im vergangenen Leben. Dann bittest du sie aus tiefstem Herzen, dass sie dir vergehen für alles, was du ihnen mal angetunst. Sei es in dem oder im vergangenen Leben. bete sie drum. Dann bittet die andere dich ebenfalls von Herzen drum, dass du ihnen auch vergisst für alles, was sie dir mal angetunen haben. Dann lösen sich Spannungen in dir. Und mit der Zeit können ihr an die Hände gehen. Und solltest du oder die anderen irgendwo noch ein bisschen Mühe haben? Sind die geistigen Helfer da, die euch helfen, bis die Hände ganz zusammen sind? Vielleicht gibt's auch Tränen bei dir oder bei den anderen. Vielleicht leitet dir jemand den Kopf an deine Brust und sagt dir Danke oder umgekehrt. Dann kannst du auch mit all deinen Gedanken und Gefühlen Frieden schliessen, loslassen, alles, was gewesen ist, nach oben der geistigen Welt übergeben. Im Wissen alles hätte so müssen sein, wie es gewesen ist. Sind noch Seelen da, für die es jetzt Zeit ist, um ins Licht zu gehen, sage ihnen, dass jetzt Zeit für sich auch ist, um loszulassen, um weiterzugehen und dass sie keine Angst haben, um weiterzugehen. Denn dort, wo sie hin können, gibt es kein Urteil und keine Strafe. Es ist nur Licht und Liebe. Es sind jetzt Engel da, die euch den Weg zum Licht zeigen und jetzt gehen den Weg, den die Engel euch zeigen. Spür die Dankbarkeit und Freude von den Seelen, die jetzt gehen können. Du spürst, wie sie dir leichter wird, als hätte sich ein schwerer Stein in die inneren Brust aufgelöst. Spürst eine grosse Dankbarkeit und Freude in dir, dass es jetzt gelungen ist, miteinander und mit allem Frieden zu schliessen. Der Atem geht leichter und tiefer und du weisst, es kommt einmal Zeit, wo du für alles, was du erlebt hast, unendlich dankbar bist. Dann siehst du eine kleine Blume neben dir, die dich anstrahlt du nimmst sie auf und bittest sie, dass sie dir ihr innerst zeigt. So öffnet sich die Blume immer mehr. Sie öffnet sich so weit, dass du mit Lichtigkeit in sie tauchen kannst und bist ganz erstaunt, was du da siehst. Es ist der wunderbarste, wertvollste, hellste, von Licht und Liebe aufgefüllte Raum. Alles ist Licht und Liebe. Allmählich wird dir bewusst, es ist der heiligste Raum, wo du kannst finden. Dann wird dir bewusst, dass du in dem Innersten ankommen und weiss das Grösste, was du kannst finden, in dir selber ist und dass es nichts Wertvolles gibt und du der wertvollste Mensch in deinem Leben bist. Du bist entspannt und gelöst. Du geniessest jetzt im Moment die Ruhe in dir. Sichtlich erleichtert mit einem tiefen Atemzug und die grosse Dankbarkeit an all die Mitmenschen und deine geistigen Helfer stehst du allmählich von dieser Bank auf. Gehst langsam zur Tür, tust sie auf und gehst den Weg weiter durch den Wald. Kommst dann auf einen Hügel mit einer wunderbaren Aussicht, mit dem Gefühl, dass alles in einem neuen Glanz strahlt. Natur, alles hat das Gefühl, es leuchtet, viel mehr als vorher. Die warme Sonne, der frisch und sanfte Wind und du nimmst ein paar erleichternde Atemzüge, geniesse die Sicht ins Tal und die Berge. Langsam wachsen an deinen Füssen Wurzeln, die tief in die Erde gehen. Und bei jedem Atemzug spürst du die Kraft aus der Erde, wie sie durch die Wurzeln in deine Füsse und in deinen Körper fliesst, dich auffüllt, dich ausweitet und ebenso das Licht von oben in dich, durch dich, in die Erde fliesst und wieder aus der Erde durch dich nach oben. Spür, wie es fliesst. Bei jedem Atemzug spürst du, wie die neue Kraft in dich einkommt. durch dich nach oben fliesst. Spür, wie sie dich durchstrahlt, durchflutet, durchströmt. Lass es einfach fliessen. Dann spürst du auch, wie fest du verbunden bist mit der Erde, wie fest das Erde dich hebt. du spürst immer mehr Mut und Kraft in dir. Du spürst, wie du verbunden bist nach oben und nach kommen. ohne. Du weisst, das grösste, das wunderbarste ist in dir. du spürst in dir den ganz grosse Wunsch all das was du spürst bis jetzt weiter zu geben an deine Mitmenschen. Du siehst, wenn du ins Tal her schaust, dass es etwas dunkel ist dort und jetzt hörst das Licht, das du siehst und spürt hast bis hier auch wie das Tal her fliessen. Und schaust, wie es heller wird, immer weiter heller wird und nichts kann dem Licht widerstehen. Das Dunkel weicht immer mehr und du spürst immer mehr wie die Kraft von oben von ohne in dich durch dich weiter fließt. Überall wo du jetzt in Gedanken bist, ist auch das Licht. An Ort, wo bis jetzt Disharmonie war, ist möglich, dass allmählich immer mehr Harmonie einkehrt. du du die Energie auch weiter geben an Mitmenschen, die krank sind, in der Not sind, die nicht mehr weiter wissen. zu zu denen lässt du jetzt die wunderbare, heilende, alles die strahlende Energie fliessen. Du spürst es in dir, je mehr du fliessen lässt, je mehr fliessen dir zu. Lass es einfach fliessen, du bist entspannt und gelöst. Dann siehst du, wie das Licht von oben immer stärker wird, immer mehr fliessen und Kraft aus der Erde immer mehr das spüren und fliessen lassen durch dich zu den Mitmenschen. Bis du ein grosses Herz gesäst, ein Herz, das über das ganze Tal ausgeht. Und ganz viele Mitmenschen haben jetzt Platz in dem grossen Herz. Keine ist ausgeschlossen. Alle, alle sind in dem Herz eingeschlossen und seist ihnen, wie dankbar dass du bist für sie. Sie alle haben dazu beitragt, dass du da herkommst, wo du jetzt bist, auf dem Weg zum Licht, zum Licht in dir und um dich. Dazu beitragt, zu finden, dass Gott in dir und um dich ist. Und die unendliche Dankbarkeit in dir fließt immer weiter, verbindet Mitmenschen untereinander. Du weisst, dass das grosse Herz, das du siehst, in dir ist. Und aus dir all all die Liebe, das Licht strahlet zu allen Mitmenschen, zu allen Tier und Pflanzen. Du weisst, überall ich Gott, in allem ich Gott. Du spürst, wie sie dir hell wird, warm wird, und du spürst die Verbindung zur geistigen Welt. Vielleicht kannst du sogar Engel sehen, die dich berühren oder einfach spüren, dass sie bei dir sind. Und du weisst, dass du Grosses vollbringen kann, in dem Wissen, dass alles in dir ist, was du brauchst. Dein Atem geht tief und ruhig. Nochmal schaue ich um, schaue ich zu den Bergen, schaue ich das göttliche Licht, wo in dir durch dich in die Erde fliesst und wieder aus der Erde durch dich nach oben. Du bist entspannt und ganz gelöst, lass es einfach fliessen, dann spürst du grosse Dankbarkeit in dir und allmählich lösen sich die Wurzeln von deinen Füssen, Verbindung zu der Erde ist immer noch da, die löst sich nie, du weisst, dass du auf dieser Erde den Weg zum Licht hast gehst und den Weg du und ich miteinander gehst, wir danken der Mutter Erde für die Nahrung, die sie uns schenkt, danken unseren Engeln, unseren Begleitern, Gehnen, den Weg durch den Wald in der Hütte vorbei und können langsam in den Raum wo wir sind und wenn wir in den Raum gehen können, siehst du, dass ganz viele Mitmenschen da auf dich gewartet haben, um zu hören, was du auf dem Weg alles erlebt hast und so machst du auch ihnen Mut, um auf den Weg zu gehen oder auf dem Weg weiter zu gehen wie du auch. Der Raum wird ganz hell, voll Freude und voller Jubel wie vom himmlischen Chor begleitet. Kommst du allmählich wieder zurück ins Jetzt und Hier, öffnest allmählich deine Augen, dehnst und streckst dich und dankest für alles. Danke, danke, danke. Schrauben Hose schrauben 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 nach Schrauben 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 Untertitelung des ZDF, 2020